Für viele ist diese Frage gleichbedeutend mit hoher Flexibilität und zum Teil stimmt das auch. Allerdings hat eine Umfrage ergeben, dass der Großteil der Hobbyfotografen, wenn sie die Möglichkeit haben, Objektive zu wechseln, diese nicht wechselt. Wenn du allerdings Fotografie ernsthaft betreiben und kein kreatives Potenzial verschenken willst, dann bleibt nur der Griff zu einer Kamera mit einem Wechselobjektiv. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, optisch hochwertigere Objektive einzusetzen. Allerdings verursachen diese Objektive zusätzliche Kosten und machen die Kamera größer. Dafür hast du den Vorteil bei den eingebauten Objektiven, dass sie im Verhältnis kleiner sind und das führt dazu, dass die Kamera ebenfalls geringere Abmessungen haben kann.